Heute geht es um einen ganz besonderen Stoff. Oder ist dir sonst einer bekannt, den man trinken, zur Wunddesinfektion, zum Reinigen und zum Befüllen von Schokopralinen benutzen kann? Wohl kaum! In diesem Video beschäftigen wir uns mit Alkohol als Konsummittel und Chemikalie. Das Anwendungsgebiet von Alkohol ist riesig. Daher werden wir uns nun im Folgenden damit beschäftigen, was Alkohol überhaupt ist und welche Arten es gibt. Also, wie sieht so ein Alkohol aus? Nee, jetzt auf chemischer Ebene erstmal. Charakteristisch für die Gruppe der Alkohole ist die Hydroxygruppe mit der chemischen Formel ROH. Das R steht übrigens immer für den Rest. Diese manchmal auch als OH-Gruppe bezeichnete Hydroxygruppe ist also die funktionelle Gruppe der Alkohole. Und du hast ganz richtig gehört. Alkohole. Es gibt mehrere davon. Abhängig von der Anzahl der OH-Gruppen bezeichnet man Alkohole als einwertige Alkohole mit nur einer OH-Gruppe oder als mehrwertige Alkohole entsprechend mit zwei beziehungsweise drei OH-Gruppen. Außerdem wird noch in primäre, sekundäre sowie tertiäre Alkohole untergliedert, die sich in der Anzahl der Restgruppen am zentralen C-Atom unterscheiden. Mit diesen Alkoholen beschäftigen wir uns aber in einem anderen Video. Wir sehen uns nun erst einmal die Nomenklatur der einwertigen primären Alkohole an. Genauer gesagt der Alkanole, einer Untergruppe der Alkohole, die sich von den Alkanen direkt ableiten. Na, erinnerst du dich an die homologe Reihe der Alkane? Starten wir doch mit Methan, Ethan und Propan. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!